So, hallo Leute, JOKMTVLOL wieder hier. Ich suche jetzt wieder neue Mitspieler für mein Minecraft Together. Ich hab jetzt dafür alles umgekampelt. Meinen Public Server hab ich jetzt privat gemacht, weil, naja, ich hatte keinen Bock auf die ganzen Loops und so. Ja, und das ist jetzt auch Whitelist gemacht. Deshalb suche ich jetzt exakt zwei neue Mitspieler, die sich bereit erklären, einmal pro Woche mit mir immer zwei Stunden aufzunehmen. Minecraft Together wird neu gemacht, komplett. Wenn ihr mitmachen wollt, und ich hab grad schlechtes Internet, ja, dann schreibt einfach in die Kommentare euren Minecraft-Namen. Also einfach Minecraft-Name, Doppelpunkt, euer Name, ja, ich möchte beim Together dabei sein, bla bla bla. Und ihr müsst Minecraft gekauft haben, das muss drin sein. Okay, tschüss. Ach ja, die Umfrage endet bis zum nächsten Freitag. Also in zwei Tagen.